Na, was wird's dann bei Ihnen? Ein Mädchen. Unser viertes Kind. Haben Sie also auch schon Erfahrungen im Warten, ja? Oh ja. Wir kriegen jetzt unseren dritten Jungen und ein Mädchen haben wir auch schon. Sagen Sie mal, ist Ihnen auch immer so schrecklich langweilig? Ja, allerdings. Man kann hier aber auch gar nichts machen. Ich hole mir jetzt erstmal eine Kula. Wollen Sie auch eine? Ja, ist eine gute Idee. Okay. Wie wäre es mit einem Wettrennen zum Cola-Automaten? Hey, prima. Der Verlierer zahlt die Cola, okay? Mhm. Auf los geht's los. Geil. Okay. Glückwunsch. Und jetzt? Jo, ich würde sagen, wer als erster die Flasche ausgetrunken hat. Okay, 20 Euro. Alles klar. Drei, zwei, eins. Ah, gewonnen. Klasse. Noch ein Spiel? Noch ein Spiel. Ich habe eine Idee. Aber diesmal erhöhen wir den Einsatz. All righty, all righty, all righty, all righty. Auf die Plätze. Fertig. Los. Auf die Plätze. Auf die Plätze. Auf die Plätze. Auf die Plätze. Ist stark, ja? E-B-B-Uster. Ja, also kaum ist das Balk auf der Welt, schon hat man nichts als Ärger bei ihm. Gewonnen. 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 Ja, Sie haben gewonnen. Sie dürfen den Namen meines Kindes aussuchen. Gut. Ähm. Ich glaube, Blasius fände ich schön. Blasius fände ich schön. Blasius. Füttel. Blasius. 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 Vielen Dank.